Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2, wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es schon wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steckt und zwar auf dem Turm hier hinten beim Hangar, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf dem Turm anzutreffen ist. Wir schauen uns an, was er dabei hat, wie man das eigentlich jede Woche von mir gewohnt ist. Nun, wir haben ein exotisches Engram, das machen wir dann ganz am Ende auf, dann hat er Suros Regime dabei, ist ein interessantes Automatikgewehr, weil wir die Feuerrate umstellen können und die zweite Hälfte des Magazins Bonusschaden verursacht und auch eine Chance hat, Gesundheit zu regenerieren. Zudem können wir eben hier hochdrehen oder dualer Tempo Receiver reinnehmen, da können wir die Schussfrequenz verändern und haben so die Möglichkeit mit einem Automatikgewehr zu spielen, das entweder eine hohe Feuerrate hat und dafür weniger Schaden oder weniger hohe Feuerrate, dafür ein bisschen mehr Schaden. Von daher, ganz interessant, das ist aktuell kein Must-Have, aber macht auf alle Fälle Freude. Dann haben wir hier für die Jäger ein Must-Have, zwar mit einem 61er Wert, aber wenn man sie gar noch nicht hat, unbedingt holen, denn bietet Fähigkeitsenergie für jeden durch Todesanker gebundenes Ziel, Mobius Köche hat einen zusätzlichen Schuss. Das obere ist wichtiger, da könnt ihr nämlich mit dem Bogen, wo die Feinde angebunden werden, den einsetzen und die Feinde, die angebunden werden, wenn man die dann killt, geben einen Teil der Super-Energie zurück. Ist wahnsinnig nützlich, weil ihr den Bogen viel, viel häufiger einsetzen könnt. Wenn ihr also Leere Jäger spielt, holt euch den unbedingt, probiert ihn aus mit der Super und ihr werdet feststellen, okay, das Ding ist ein Must-Have, wenn ich mit dem Leere Bogen spiele. All super, von daher holen, ausprobieren und feststellen, okay, das Ding ist super. Dann haben wir ACD-0 Rückkopplungshindernis für die Titans. Mit einem 62er Wert Nahkampftreffer bauen Energie auf. Wenn ein Nahkampfangriff trifft, wird der eingehende Schaden reduziert und die Energie einer vernichtenden Explosion freigesetzt. Nun, hier wird einfach der Nahkampf massiv verstärkt, wenn ihr also Titan spielt, der gerne unterwegs ist im Nahkampf und auch gerne mal von Nahkampf getroffen wird, könnt ihr so das Ganze zurückschicken, beziehungsweise im Nahkampf wahnsinnig davon profitieren. Es ist aktuell, ja, vorsichtig gesagt, kein Must-Have, also es gibt schöne Builds damit für PvE, sag ich mal, wo man wirklich coole Kombinationen damit machen kann. Von daher, schlecht auf alle Fälle nicht, aber die Titans wissen es, es gibt so viele Exos, die den Nahkampf verstärken beim Titan, Synthos selbst, als er den Rückkopplungshindernis und 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 und. Das heißt, da kann man auf anderen Ebenen natürlich auch viel rausholen. Für die Warlocks haben wir hier diese Exo-Brust. Mit einem 62er Gesamtwert. Deine Kills und Assists, während du in dem Brunnen des Glanzes stehst, geben die Super-Energie zurück. Das heißt, wenn ihr die Super stellt, also das große Rift, ne, Solar-Super, und ihr drinsteht und Kills macht, dann kriegt ihr einen Teil der Super-Energie zurück. Ihr könnt also häufiger die Super einsetzen, ist für PvE wahnsinnig cool. Es gibt viele, die die spielen, weil ihr eben auch von dem profitiert, was die Freunde, also die Verbündeten töten. Jeder, der in der Super steht und etwas killt, das zählt nämlich als Assist, kriegt ihr einen Teil der Super wieder. Könnt also den Brunnen viel häufiger einsetzen. Das Ding ist auch für die Warlocks fast schon ein Must-Have. Wenn ihr es gar noch nicht habt, die Werte sind hier leider etwas tief, aber immerhin schon mal holen, um es zu haben, auszuprobieren. Ihr werdet feststellen, okay, ich kann die Super deutlich häufiger brauchen. So, bevor wir gleich zu den Waffen kommen, wie immer mein Wembe-Partner hier, Holy Ice-Tee und auch Holy Energy. Denn da könnt ihr einen Energy-Drink selber mixen oder einen Ice-Tee selber mixen. Mit dem Rabattcode könnt ihr noch ein bisschen was sparen. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein Test-Pack zu holen. Das kostet nicht viel. Mit dem Rabattcode kostet es sogar noch weniger. Da habt ihr sieben verschiedene Geschmäcker drin und 14 Proben. Das heißt, ihr könnt euch durch die Geschmäcker durchprobieren. Ganz chillig. Ist übrigens ohne Zucker. Das heißt, wenn ihr ein bisschen auf Zucker verzichten möchtet, das ist vielleicht die Alternative für den einen oder anderen Energy-Drink. Gut. So, Werbung Ende. Kommen wir zu den Waffen. Bei den Waffen machen wir es wie immer. Ich flitze drüber. Wenn mir was auffällt, wo ich sage, hey, das sieht mega gut aus, dann werde ich was dazu sagen. Wenn ihr was in der Community seht, wo ihr sagt, hey, mega gut, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vollautomatisch und Libelle. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Obwohl es auch andere Möglichkeiten gibt, vollautomatisch zu benutzen. Ja, eben wie man es gewohnt ist. Gut, die Ikelos kann man ja mittlerweile craften. Von daher, ähm, dahingehend eher unattraktiv. Ja, sehe ich nicht wirklich etwas, wo ich sagen würde, is'n must have aktuell. Daher ist in Ordnung. Dann die Falkenmond, weil da noch ein Renanberg drauf ist. Und zu guter Letzt noch Erzählung eines Toten, damit wir kurz drüber geschaut haben. Dann zurück zum exotischen Engram. Und das war's dann auch schon im Schnelldurchlauf von dem lieben Xur. Haben wir hier schönes 65er-Wert. Okay, ich glaube, die behalte ich, obwohl ich im Tresor ziemlich sicher noch was Höheres habe. Aber das schaue ich nachher dann gleich nach. Gut, wenn euch das Xur-Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schreibt gerne rein, was ihr euch gegönnt habt. Und wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann. Bis dann.